Gott funktioniert nicht. Das schreibt ausgerechnet ein katholischer Priester und nimmt das dann auch noch als Titel seines Buches. Da steht es also ganz vorne auf dem Umschlag. Wichtig ist aber der Untertitel. Deswegen glaube ich an ihn, an Gott. Und dann führt Thomas Frings seine Leser auf eine 180 Seiten lange Glaubensreise, bei der er viel überflüssiges religiöses Gepäck entdecken und zurücklassen kann. Frings hat dabei die vielen Menschen vor Augen, denen ein Gott nicht einleuchtet, der wie ein Automat funktionieren soll. Gerade wenn es um das Gebet geht. Er soll retten in Gefahr und Not, denn wozu ist er sonst Gott oder von Konkretem und praktischem Nutzen. Wer gelernt hat, dass Gott so funktionieren soll, wird zwangsläufig früher oder später enttäuscht. An einen solchen Gott würde ich auch nicht glauben, schreibt Frings ein paar Zeilen danach. Er will in seinem Buch zeigen, dass Gott unverfügbar bleibt, dass auch ein glaubender Mensch ein Leben lang aushalten muss, dass Gott unbegreiflich ist und dass der Glaube an ihn mit einer unendlichen Liebe verbunden ist. So bekommt auch das Gebet einen neuen Sinn. Es stellt keine Forderungen, sondern hält die Beziehung zu Gott aufrecht. Es ist eine demütige Theologie, die Thomas Frings verständlich ausbreitet. Von den selbstsicheren Erklärungen mancher Glaubensverkünder, wie Gott funktioniert oder zu funktionieren hat, verabschiedet er sich dagegen ziemlich herb und wirft sie wie einen Ballast ab. Vielleicht ist es gerade das, was manchen Leser aus einer möglichen Glaubenskrise herausführen kann. Glaube ist nicht etwas, das man einmal hat. Herz und Hirn müssen ihm immer wieder neu nachjagen und ihn neu finden. Thomas Frings gibt dafür Anstöße, die aber auch in Stolpern bringen können. Denn der Abschied von einem Gott, der funktionieren soll, kann in Glaubenslosigkeit oder sogar Verzweiflung stürzen. Dafür ermutigt dieses Buch jeden, der Gott suchen will, der sich in Christus als Mensch verkörpert hat und dennoch ein großes Geheimnis bleibt.